Das Ubendo Waisenhaus steht auf unserem heutigen Besuchsprogramm. Der Bus dieses Waisenhauses steht uns während unseres Aufenthaltes zur Verfügung. Nach der Begrüßung geben wir die Geschenke für die Kinder ab. Wir spielen mit den Kindern. 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 Spiele! 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 Der von dem Kindergarten geführte landwirtschaftliche Betrieb würde durchaus auch einen Vergleich mit unseren Bauernhöfen standhalten. Die Gülle wird gesammelt und zur Erzeugung von Biogas verwendet. Also da kommt die Sonne, wenn man da gespeichert hat. Wenn ich aufgehört, ist es nur zu. Ja, wie Achtung, die Gase, wenn man aufgehört. Auch die Parkanlagen und Spielplätze sind sehr gepflegt. Auch die Parkanlagen und Spielplätze sind sehr gepflegt.